Kommt, mein Lieblingspart KAPAU Na, ihr wisselt Firewall Firewall Attack Auf geht's Wir kommen immerhin alle durchs Tor, das ist schonmal gut Ja, wir drücken uns dann zu 6 Es könnte ne schlimmere Map sein Wir haben noch ein sehr starkes Problem, wenn irgendwie ein paar Bestchins da stehen oder so Wir haben ein sehr starkes Problem, wenn wir keine Bestchins da stehen Naja Ihr müsst... Das wird super witzig Best stehen eigentlich Wir stellen ne... Also Soldier wird ganz gut, weil wir uns alle heilen können Ja Wenn 3 Leute den Bestchins sehen und ne Rakete hinschießen, dann ist er ja tot Ja, aber dann kippen wir auch 3 weiter aus dem Himmel in der Zeit Naja Aber Soldier wird eh gut, weil 4 Soldier und 1 Lucia sind die Weltmeister Also naja, das klappt schnell Nja Ähm... 4 Dings, 4 Soldier und 2 Lucia Ja, genau Was hieß Ich denke immer, ich rechne immer mit 5 Spielern Das ist ungewohnt, dass ein Spiel 6 Spieler hat Funktioniert nicht Huiiii... Er hat auch 10 Sekunden Ey guckt mal Jungs, vollen Hit nicht Oh... Vor allem crazy So, wir machen eigentlich Sprays... An die Bänder Mit S wie Spray Mit S wie Spray Hey Tay wie Taylor Swift Mit S wie Spray Ja Bist du dir sicher? Ja Ja S wie Spray S ist auch... Nicht... Irgendwie anders belegt Ich schau in den Controls Das ist Tee, Mann Tee 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 wie Tattoo Hehehe Lass geht's Ja, ich seh da irgendwas Ein wie Spray Okay Auf geht's Wie, die haben auch ne Fahrer Da kam schon ne Rakete zurück Ja, ja, ja Da oben ist irgendwas Hanso oder so Wieso rennt er sich? Hier ist jemand mitm Hook Auch nicht schlecht Ja, da oben war mir Da ist der Schweinebär mal im Bau Komm hier doch nicht rein Ha, der wurde weggesprengt Mercy hat nichts mehr Der Schweinebär mal aus Oh, scheiße, hab ich selber weggesch... Sprengt sie alle weg Ich hasse Der hat kein Schild mehr Der immer in mir... Verdammt Ich bin oben rüber Crazy Wow Boah, sah wunderschön aus Nur sich eins Okay, aber kommen wir auch mal zum Punkt Ich hab den Tank schon ordentlich was eingedrückt Jäger Netter Fluglark ja Boah Hehe Luftkampf Nein Ich hab den Air-Files verloren Pepper gegen Pepper Weil den Hanso gesnipet hat Der hat denakir gewanschottet Der hat den Nakia gewanschottet Der? Und dann mich What the fuck Ich versteh auch nicht Ich versteh auch nicht Wir haben den ganzen Luftraum für uns Und mir fliegt immer einer von uns rein Das ist unglaublich ... Ja, dann fliegst du wahrscheinlich falsch in deinem falschen Duft auch. Boah, komm. Fick dich, Genji, ne? Ich geh jetzt einfach durch. Schieß aber auf den Boden, da kann er nicht deflecken. Abbiegen. Wir haben uns fort, Leute. Yoda und ich komm auch. Kann ich wieder rausfliegen? Wir sind auf dem Sport, wir sind auf dem Sport. Äh, da links sind alle Gegner. Farah ist in der Decke. Decke, 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 Farah. Ich hab schon achievement, hat sich schon gelohnt. Drache, 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 Drache! Achtung, die gegnerische Farah und ihre Ulche. Ja, egal, die sind durch, Bast. Jetzt schnell links vorbeifliegen. Den hätten wir. Wir sind so gut. Wir machen das jetzt. Also, ich hab mir das Replay angeguckt. Ich hab immer noch nicht gesehen, wo der mich gedultet hat. Schnell durchfliege. Oh, ich hab Ultimate. Was wird? Ultimate Zwift. Das ist ne... und? Wow, ich hasse ja unsichtbare Ränder. Oh, du verwandt mich auch. Guck mal, halt, knapp der Schei. Was sind wir hier? Oh, wie lang du gebraucht hast. Der geht auch nicht zu. Nein, wieder den Farah-Kampf verloren. Ich verliere mal das One-on-One. Ist so gut. Ne, ich bin einfach nur zu scheiße. Ich spiel zu selten Farah. Das ist so vielleicht das zweite Mal in der Güte. Ich spiel die ganze Zeit, aber seine Wand geht einfach nicht down. Ah! Ich bin zu hoch gesprungen. Also, ich hab Ulti. Wir können die einfach und sammeln und dann... Ich bin schon wieder... Alles weggefallen. Alter! Aber jetzt mal ohne Scheiß, der... Ja, ich warte jetzt auf euch. Der Sniper von denen geht richtig ab. Keine Ahnung. Wie ich nicht jede Hand so abtätig sehe. Ja, ich auch. Und sammeln wir uns vor dem Eingang, oder? Das ist egal. Hauptsache, es geht keiner rein. Ich sammle mich beim Spawn. Da bin ich. Ihr könnt jetzt von hinten drauf gehen. Wenn die mich alle hier rechts haben wollen, die Buster. Die haben doch bisher nichts. Wir sind doch am Sammeln. Die wissen noch nicht, was passiert. Ich kann den Grotox versuchen. Sagt an, wenn ihr durchgeht. Ja, wir sollten vielleicht... So, Angriff, Jungs. Angriff! Bei uns sind alle da. Er ultert. Die kommen von links. Von links hin. Hallo, wer schießt denn auch nicht? Das ist doch illegal. Ja, ich hasse meine E. Oh. Sie hat auch Ulti. Niemand hat sie geultet. Wow. Ja. Die Ulti bringt da immer gar nichts. Äh, John. Du warst viel zu scheiße. Du warst voll den Kackwinkel zum Ulten. Naja. Die war jetzt auch nicht besser. Ich weiß nicht mal, was die Ulti macht. Gut. Du bist raus. Eigentlich hattest du genug Chancen, sie in Action zu sehen. Also jetzt weiß ich, was sie macht. Aber vorher wusste ich halt nicht. Oh Gott, Mann. Och, ich hasse den dicken Mann. Mann, sind die dicken Mann. Ich hab meine Ulti already. Ich geh jetzt hin und schieß die ab. Lass uns vielleicht wieder sammeln beim nächsten Mal. Boah. Fucking Hanzo, der trifft voll gut, Alter. Zwei Schüsse getroffen. Direkt tot. Ich sammle mich im Spawn. Zack. Der hat zwei Schüsse gemacht. Beide getroffen, Alter. Wow. Nocturne hat mich getötet. Das war auch das 101 verloren. Irgendwo hab ich ne Kette gehört. Das ist nicht gut. Mann, der Schweine. Ja, der ist hier links. Wir haben noch genug Zeit, Jungs. Ja, deren... Von draus da. Ich hab den Sniper von denen. Ich bin auf dem Punkt. Okay, ich komme. Ich bin gestorben. Weil ich mal holten weiter. Nein, ich will nicht das 101 verlieren. Bringt ihr noch. Ich treff ihn nicht. Oh Gott. Wurde, du musst verweilen. Wird auf dem Boden. Wurde, du bist 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 auf dem Boden. Voll scheiße. Ich verliere mal. Der Nocturne ist besser als wir. Ich hab das Gefühl, der weiß, was wir machen. Ich hab das Gefühl, der hat sie schon mehr als zweimal gespielt. So wie ich. Ähm. Also bisher waren noch keine Charaktere, die ich normalerweise spiele. Ich hab das gespielt. Ich hab das Gefühl, der Hanse hört nicht auf. Warum seid ihr eigentlich nicht in der Mitte durch, wenn die alle links sind? Wart mal ab, bis Junk Red kommt. Naja, weil ihr alle tot seid und es nicht bringt, wenn ich reingehe. Doch. Wart mal ab, bis Junk Red kommt. Ähm. Vor allem die oder? Dann müssen wir die Ultis gleichzeitig machen. Hallo. Ich glaube, mit Junk Red bringe ich mich eigentlich nur selber. Damit mit einer Attacke dann alle Reifen springen. Motorrad Gang kommt dann angefahren. Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Ohne Scheiße, wie hat der mich gesehen? Ja. Voll bitte an der Schweine und geteilt dir rechts aus. Drauf! Drauf! fucking Nocturne, man! Der fickt mich. Ja. Wir haben das jetzt, Leute. Es ist viel von dir geschossen. Ich hab zwei geultet, aber... Leute, der hat direkt hinter mir gehockt. Ja. Ähm. Wo ist da? Oben der Schwein, Blubi. Oh, man! Ah, der hat die shotgun ready. My ultimate is charging. Put your security in my hand. Der ist wieder viel zu viel auf den Boden. Lebt ihr noch? Soll ich noch reinkommen? Ja Ja los, wir brauchen da Leute Ich bin drauf Jons Passt er ist gesprengt Jetzt einfach die Spawns vollbomben On my way Ähm Nocturne lebt wieder Ja er ist down Das ist untere, ne ja Nein, nein Er hat dich gegrabt Wo ist der? Er ist gleich tot Drache, alle in die Luft Drache, nein Jetzt los, los, los Ich bin schon links tot, ich kann nicht über die Drachen laufen, wenn ich tot bin Da kam ein Tank vorbei geflogen Irgendwer wollte mich hooken, von wo? Da links Ja, we did it Easy game, easy life We did it Wir haben zwei Pinker, oder was? Das war das Ende bestimmt, ne Das war das Ende bestimmt, ne Weil ihr alle düncht da Lettige Ne, das war's Ne, das war's Ne, das war's einfach aus Piu 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 Ohne Scheiß Was ist das? Was ist das? Ey, mal so, ich guck kurz weg Dann lade ich schneller nach, oder so Tja Oh, ich bin in der Flash Hast du verdient Hat er sich verdient Du warst besser als deren Da sieht man die Erfahrung Es ist auch nicht so, als ob meine Ziele alle auf dem Boden waren und seite das hier noch gekippt waren Tja, Zeit für euch Ging eigentlich, zwei Silber, zwei Gold Keine Medaille Zeit für die nächste Runde Ich bin in der Ja, ich bin in der Sie sind in der Ich bin in der